hallo janosch was hast du da limonade das sieht mir aber anders aus gib mal her ja eindeutig bier na super hat der papa mir in die kitatasche gepackt das gehört da aber nicht rein also ich glaube ich muss echt mal dringend mit deinem papa gerlinde kannst du jetzt vielleicht mal aufhören zu trinken was es schmeckt halt papa wird davon immer lustig glaub ich dir und dann traurig oh sehr traurig also da ich glaube ich mehr im argen glaube ich übrigens auch hör jetzt auf zu trinken